Bisschen größer Bescheiden ausgedrückt, der neue IMAX im Traumpalast ist alles andere als ein normaler Kinosaal. Die Leinwand ist mit einer Länge von 38 Metern und einer Breite von 22 Metern so riesig, dass dort selbst der größte, je entdeckte Blauwal problemlos Platz findet. Marius Lochmann ist dafür verantwortlich, dass seit Oktober 2021 die größte Leinwand der Welt in Betrieb ist. Die Leidenschaft zum Kino wurde ihm in die Wiege gelegt. Doch mit dem IMAX haben der Geschäftsführer und sein Team nochmal ganz neue Dimensionen geschaffen. So groß, dass es die Leinwand bald auch offiziell ins Guinness Buch der Rekorde schafft. Wir sind natürlich sehr stolz und freuen uns natürlich auch riesig, wenn es dann letztendlich klappt mit dem Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Für uns natürlich auch was ganz Besonderes, weil wir einfach ein Familienunternehmen sind und wir haben hier in der Region mehrere kleinere Kinos, normalere Kinos oder normalere Kinosäle. Und umso krasser ist es natürlich für uns auch, dass wir dann einfach auch jetzt hier die größten Leinwand der Welt betreiben und freut uns natürlich riesig. Neueste Technik und ein Budget von stattlichen 19 Millionen Euro sorgen im wahrsten Sinne des Wortes für ein gigantisches Kinoerlebnis. Die Entschlossenheit und die Liebe zum Detail machen den IMAX einzigartig. Die Kinos waren zu, es kam kein Geld rein, aber wir haben trotzdem gesagt, wir ziehen das durch und machen auch keine Abstriche, was die Ausstattung, was die Technik oder Sonstiges anbetrifft, sondern wir haben einfach gesagt, hey, jetzt haben wir es angefangen, dann machen wir es auch zu Ende und wurden dann zum Glück jetzt auch belohnt mit den ersten Besuchern. Trotz der Hürden, die die Corona-Pandemie der Unterhaltungsbranche auferlegt hat, konnte der IMAX erstmals zum Start des neuen James Bond-Films seine Tore öffnen und die Besucher in seinen Bann ziehen. Denn wenn sich die Lichter dimmen, heißt es zurücklehnen und ein Kinoerlebnis der anderen Art genießen. Und dann können wir die Lichter dimmen, heißt es zurücklehnen und ein Kinoerlebnis der anderen Art genießen. Und dann können wir die Lichter dimmen, heißt es zurücklehnen und ein Kinoerlebnis der anderen Art genießen.